Ja, ja, ist ja in Ordnung. Okay. Sensor-Sonden sind geliefert worden. Aber welchen Frachter haben wir vorhin verloren? Dann rüsten wir mal aus. Jetzt rüsten wir wieder um auf das ist sie. Die Primator-Rakete. Die machen einen besseren Bums. Und eventuell können wir uns dann etwas auch gegen dieses neue Raumschiff behaupten, wenn wir Glück haben. Irgendwas Neues im Angebot, was man hier einbauen kann oder so? Nein. Damit verschiffen wir gleich die Illyrem-Torpedos alle nach New Hope. Gute Arbeit, das ist schön. Okay. Damit schicken wir mich und den Muskelbundum. Wir müssen da Frachter verteidigen. Auf geht's! Alle Ziele beschießen! 20 Uhr-Rakete. Auf dem Fall. Das ist die Primator-Rakete. Mal gucken, ob die gehen hier. Das macht doch ein Stück gut. Aber die Schwamm und die Strecke vertieren die auch. Ausbrechen und zum Schlusspunkt zurückkehren. Aber es ist nur ein paar Strecke. Das ist auch ein paar Kurses. Ach, nein, ich bin ganz klar. Entschuldigung. Danke für die Hilfe. Nichts zu danken. Auf zwei, auf die vierte. Äh, Fräserkanonen. Langweilig. Was macht denn die Forschung überhaupt? Was macht die Forschung überhaupt? Was machen eigentlich die Planungsmodule? Entschuldigung. Entschuldigung. In drei Tagen sind die fertig. Alles klar, Hyper-Downing-Module sind da. Dann können wir schneller runterladen. Dann stimmen wir gleich mal die Forschung an. Und machen auch noch und erforschen die Waffen. Diese hier. hochheilig. 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 Na gucken. Tarnvorrichtung. Brauchen wir noch nicht. Sea-Blaster. Wir machen die Phasenkanone. Alien-Brauchschiff. Aufgespürt. Mittel. New Hope. Okay, dann lasse ich an unsere Hauptgruppe ran. Loppsom-Einsatz. Visionen-Kontakt verloren. Ich würde jetzt raten, die Folgen dahin. Loppsom-Einsatz. Gestag-Elie-Bebrauchschiff. Aufgespürt. Ja, fast. Forschungs-Infos heruntergeladen. So, jetzt haben wir. Ähm, wo ist das denn? Über EGM runtergeladen, die Forschungsdaten. So. Wirksamkeit. Zehn wirksame Reichweite. Zehn wirksame Reichweite? Zehn wirksame Reichweite. 0,25 Kilometer. Untersuchung der Verfolgungs- und Zielsysteme mit Aliens haben zur Entwicklung eines Systems elektromagnetischer Gegenmaßnahmen, EGM, geführt, das gegen viele Alien-Raketenwaffen wirksam sein sollte. Die EGM-Kapsel gibt eine falsche Plasmaspur in einige Entfernung vom eigentlichen Standort des Schiffs ab, während zur gleichen Zeit ein Gravitationsfeld die echte Plasmaspur des Schiffes verbirgt. EGM-Kapseln haben ein eingebautes Freund- und Feinderkennungssystem, das die selektive Störung von gegnerischen Raketen erlaubt. Obwohl sie nicht zu 100% effizient ist, kann die EGM-Kapsel in Situationen sehr nützlich sein, in denen Raketengefechte vorherrschen. Ja. Da das mittlerweile bei uns Standard ist, dass wir Raketen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Genau. Ist es eine gute Gegenmaßnahme? 13 Tage. Was geht schneller? Datenstörsonde. Vektorkontrollraketen. Raumschifftyp. Ich bin jetzt auch dafür, dass wir den jetzt mal langsam erforschen. Gleich. Aber erstmal brauchen wir neue Panzerung. Schaboy, schaboy. Äh? Warum ist denn der jetzt an uns vorbeigeflogen? Auf vom Einsatz gestartet. So, New Hope rast jetzt hier oben hin. Ja, okay. Wir müssen warten, bis die Dinger gebaut sind. Auf vom Einsatz gestartet. So, jetzt gucken wir mal. Okay, die üblichen Verdächtigen. Jetzt traut sich das neue Schiff doch gar nicht rein. Ich verstehe es nicht. Ich brauche so einen Lassenkarre. Zurück zum Mutterschiff-Schwein. Brauchst du einen Lassenkarre? Ich brauche Hilfe! Komm schnell! Ich brauche Hilfe! Hey, hilf mir mal eben! Wieder einer weniger! Bei Rock'n'Roll, Alter! Wir gehen rein! Die Flachstimm-Bandatten sind fertig! Ich geh rein! Ich geh rein! Ich geh das rein! Für eine sichere Galaxie! Warum hab ich hier? Haben wir es jetzt geschafft? Ich geh mal davon aus, ja, weil ich hab nichts mehr gehört. HÄH?! Warum ist jetzt Einsatzmüsselung? Oder kann es sein, dass dieses neue Raumschiff schon wieder mit dabei ist? Ach ja, die können sich ja... oh Mann! So, wir fliegen nochmal hin. Aber da war doch keiner mehr. Ist doch ein Phantasmus. Aber den haben wir doch deaktiviert. Herr? Zurück zum Mutterchef, Schwein! Sie verstehen nur noch Bahnhof, Leute? Aufbrück! Was war das jetzt? Aufbrück! Aufbrück! War es jetzt wieder ein Bug oder was? Oder wie? Oder wer? Oder warum? Zurück zum Stützpunkt. So, und worauf jetzt auch noch? Sonden. Gerrit-System. Sonde gestartet. Wir sollen ja irgendwo Piraten. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Alles klar. Basis 3 wurde gebaut. Was jetzt? Um den Krieg zu gewinnen? Ja. Da hat er recht. Das müssen wir langsam. So, Basis 3 wurde gebaut. Und ihr seht, sie hat schon eine größere Reichweite. Weil sich standardmäßig mit den neuen, ähm, Scannern ausgerüstet wird. So, wir speichern. Und... Ich werd eben noch was machen. Ich werd nur in Forschung anstoßen. Wir sollen gucken. Dann wird die die Tritanium-Trit-Titan-Konstruktion erforschen. Wir werden ein paar Sachen verkaufen. Laser-Kanone weg. X-Wander-Raketen-Launcher weg. Launcher 10 Stück. Können wir gleich zum Niob transportieren, beziehungs... Ja, zum Niob transportieren wir die. Tante Richtung 4. Verkaufen. Elektroplasma-Schild haben wir. 6. Ja, okay. X-Wander-Raketen. Wie gesagt, könnten wir transportieren. Induktionsantrieb 7. Da behalten wir wieder einen von. Parallax-Torpedo. Da behalten wir auch einen von. Verkaufen wir alle bis auf einen. Seablaster. Alle bis auf einen. Emotionszielsystem behalten wir als Reserve. Autonomes System. Weil die können wir ja später noch kapern. Phasenkanonen. Alle bis auf einen. Sektuiden. Einer weg. 9 Millionen. Das gleiche gucken wir mal hier. New Hope. Was kann man da wegschmeißen? Tarnverrichtung erstmal. Motoren. Kann man wegschmeißen. X-Wander kann man wegschmeißen. Konventionsantrieb. Phasenkanonen können wir alle wegschmeißen erstmal. Alles wegschmeißen. Emotionszielsystem. Brauchen wir selber. Kann alles erstmal weg. 11 Millionen. Okay. Weil wir müssen jetzt nämlich Geld zusammensparen. Weil wir den neuen Außenposten einrichten müssen. Mit Abfang nie kann Tasse nicht gesehen. Und wir müssen langsam anfangen alles auf den neuesten Stand die Technik zu bringen. Base 3. Kriegt neue Downlink-Module. Okay, da wird schon mit Hypercom ausgestattet. Alles klar. So, damit mache ich jetzt Schluss für heute. Und ich würde mich dann freuen, wenn ich euch bei der nächsten Episode von XCOM Interceptor sehen würde. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Jawohl. Vielen Dank.